Thema dicke Autos und ihre Besitzer geht es eigentlich nur mir so, dass wenn ich unterwegs bin, egal ob mit Auto zu Fuß oder mit dem Fahrrad und so ein dicker Audi oder so ein dicker Mercedes oder BMW an mir vorbeikommt, ich da reingucke, irgendwie der Fahrer, meistens auch der Beifahrer, immer nur Bürger mit südländischem Phenotyp sind oder bilde ich mir das nur ein? Also irgendwie sehe ich relativ selten so einen schönen deutschen Dieter am Steuer sitzen, keine Ahnung, also ich frage mich dann immer, was mache ich denn eigentlich irgendwie verkehrt oder gibt es das zum Bürgergeld dazu? Ich weiß ja nicht, kann ja sein.